Der Moment ist gekommen. Du wirst dorthin reisen können, wohin du bisher nur in Gedanken gereist bist. Peru ist bereit, damit du dich sicher, geborgen und beschützt fühlen kannst. Schon seit Jahren verwandeln wir die Distanz in Kunst. Wir achten auf jedes noch so kleine Detail, denn wir wissen, dass sich die Anstrengung lohnt. Wir haben gelernt, Brücken zu bauen, um uns näher zu sein. Unsere Wege kreuzen zu lassen, egal wie weit wir auseinander sein mögen. Atme tief ein und genieße ein Land, welches schon seit mehr als 5000 Jahren in Einklang mit der Natur und dem Universum lebt. Alles, was uns auszeichnet, ermöglicht uns jetzt, dich wieder willkommen heißen zu können. Wir sind bereit, dass dieser Moment ein ganz besonderer wird. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!